Liebe Freunde, unser Leben hat sich durch den Ausbruch des Coronavirus schlagartig verändert. Wir müssen jetzt bereit sein, Maßnahmen zu akzeptieren, die unsere persönliche Freiheit einschränken, die für uns noch zu Beginn dieser Fastenzeit unvorstellbar waren. Ja, wir bemerken plötzlich, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir in die Heilige Messe gehen können oder dass wir die Heilige Kommunion empfangen dürfen. Aber so geht es vielen unserer Brüder und Schwestern, vor allem in den Missionsgebieten und in den Diktaturen dieser Welt, schon immer so. Wir müssen uns jetzt nur ganz bewusst sein, dass wir bei aller berechtigten Sorge um unsere Familien und um unser Land nicht auf die Brüder und Schwestern der verfolgten und leidenden Kirche vergessen. Vielleicht verstehen wir jetzt auch Ihre Lebenssituation und die Umstände, in der Sie Ihren Glauben ausüben, besser. Sie verstehen auf jeden Fall unsere Situation sehr gut, wie wir aus vielen Briefen aus unseren Partnerländern täglich erfahren dürfen. Wir bekommen Post aus dem Senegal, aus Haiti, aus Brasilien, aus Burkina Faso und von den Philippinen, wo uns unsere Partnerländer versichern, dass sie weiterhin für uns und alle Wohltäter von SCN beten werden. Wir sehen so, dass die Brücke von Liebe und Glaube, die schon immer zwischen SCN, seinen Wohltätern und unseren Partnerländern gebildet war, auch in dieser Krise besonders fest und stark hält. Wenn wir daran denken, dass wir keinen Gottesdienst besuchen dürfen, sollten wir weiterhin jene Priester in unseren Partnerländern, die bereit sind, für uns die Messe zu feiern, mit Messstipendien unterstützen. Liebe Freunde, wahrscheinlich wird die Fastenzeit in diesem Jahr viel länger dauern, als im Kalender dafür vorgesehen ist. Aber eines ist gewiss, Ostern kommt. Nützen wir doch gemeinsam diese Zeit der Bedrängnis, um uns tiefer für das Geheimnis der Auferstehung vorzubereiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017